Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voice-Over für euch und diesmal geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema für alle MMO-Spieler, nämlich um die Character Customization. Hier kriegen wir einen Behind-the-Scenes-Look und zwar präsentiert von Sean Tracy, dem Technical Director of Content, Paul Randell, dem Director of Engineering für das Persistent Universe und Josh Herman, dem Character Art Director. Ich habe dieses Segment ein wenig gekürzt, damit die ganzen Passagen, wo die drei Herren sich unterhalten, nicht allzu lange im Bild sind, sondern wir eher auf die interessante Footage gehen. Aber ich habe versucht, euch alle Informationen so weit herauszuziehen, dass ihr trotzdem vollständig versteht, worum es geht. Grundsätzlich geht es also hier darum, wie läuft die Individualisierung von Charakteren bei Star Citizen und was wird in diesem Spiel alles möglich sein, sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Es geht also um Rüstung, um Ausrüstung, aber auch um Kleidung und wie das Ganze im Engineering Aspekt passiert und vor allem, wie es dann von den Artists entsprechend vorher umgesetzt werden muss. Damit es im Spiel auch läuft. Dabei konzentrieren sie sich in erster Linie auf den ersten, nächsten großen Release, der jetzt mit dem hoffentlich Patch 3.0 dann zu uns kommen wird. Und gucken sich an, was mussten sie alles tun in der Lumberyard und CryEngine, um das System, wie sie es haben wollen, wirklich zu implementieren. Die Lumberyard Engine bzw. CryEngine hatte nur ein sehr, sehr kleines System, was diese Charakterindividualisierung angeht. Um genau zu sein, eine Individualisierung war dort gar nicht wirklich möglich. Die Engine selbst bringt sogenannte Character Definition Files mit. Diese sind statisch, das bedeutet sowohl Skelett als auch die Geometrie selbst sind statisch und unveränderlich. Das bedeutet, man kann keine Farben verändern, man kann vor allem keine Gameplay Aspekte damit verbinden. Es gibt also quasi keine Individualisierung. Für Spiele wie zum Beispiel Rise, Son of Rome, die etwa 20 Charaktere enthalten und deren Charaktere auch nicht vom Spieler verändert werden müssen, ist das sehr, sehr gut, weil diese sehr performance-schonend ist und außerdem die Charaktere ein sehr gutes Äußeres bilden. Allerdings für ein MMO wie Star Citizen und wo die Spieler sehr viel Wert darauf legen, einmal veränderliche Charaktere zu haben, aber auch sehr viele unterschiedliche NPCs zu sehen, ist das System nicht tauglich gewesen. Ein ähnliches Problem hatten sie ja bereits schon bei den Schiffen. Auch dort war es ursprünglich nicht möglich, aufgrund dieser Character Definition Files die Loadouts von den Schiffen zu ändern und sie dementsprechend für das Spiel anzupassen. Dafür haben sie ursprünglich mal das Item-Port-System geschaffen, was es ja jetzt auch schon im Spiel eine ganze Weile gibt und was sich jetzt im aktuellen Patch auch gut darstellen lässt durch diese sogenannte Ship-Customization. Das haben sie jetzt umgebaut und zwar für die Character-Customization. Sie haben also auf ein existentes System bereits gebaut, mussten es allerdings noch an vielen Stellen sehr angleichen, denn Schiffe sind relativ einfach zu gestalten. Die Form ist fest, die Bauteile verändern sich entsprechend nicht, je nachdem wo und wie man sie anbringt. Sie müssen also nicht direkt dynamisch sein, sondern, naja, ein Badger-Repeater an einem Flügel ist halt ein Badger-Repeater an einem Flügel. Das ist natürlich bei Charakteren eine völlig andere Nummer. Hier haben wir Lagen von Kleidung, die übereinander gebracht werden müssen, die miteinander korrespondieren müssen, die sich nicht widersprechen dürfen gegenseitig. Wir haben außerdem oben drüber dann noch Rüstungen und wir haben Ausrüstung, die sich entsprechend auch richtig und realistisch verhalten soll. Und außerdem haben wir auch verschiedene Körpermerkmale. Das bedeutet, ja, Köpfe, Arme, Beine sind alles etwas Unterschiedliches, wohingegen bei Schiffen Dinge wie Flügel oder entsprechend Rumpf relativ simpel definiert können. Dementsprechend ist es eine Herausforderung gewesen, diesen Chip-Customizer, den wir jetzt im Bild noch gesehen hatten, eben entsprechend auf die Charaktere umzubauen und sich somit einem eher dynamischen System anzunähern. Sean Tracy führt uns jetzt mal vor, wie sich das Ganze wirklich in der Engine von Anfang an aufbaut. Als erstes lädt er das Skelett des Charakters. Man sieht also hier wirklich eine Design-Oberfläche und eine Engineering-Oberfläche, die natürlich mit einem späteren UI nichts mehr zu tun hat. Aber als erstes, nachdem er jetzt hier dieses Skelett geladen hat, hat er den sogenannten Body-Item-Port. Dieser hat verschiedene Möglichkeiten ausgestattet zu werden, zum Beispiel mit männlichen oder weiblichen Körpern. Er wählt jetzt hier quasi den männlichen Basiskörper und sucht sich dazu jetzt einen Kopf aus. Das ist tatsächlich, klingt das sehr amüsant, aber jeder Item-Port bringt wiederum andere Item-Ports mit, mit denen er dann dieses Ganze ausgestalten kann. So hat zum Beispiel der Kopf ganz, ganz viele verschiedene Arten von Ausprägungen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene gescannte Köpfe, die wiederum dann Item-Ports für Augen, für Haare und so weiter und so fort haben. Und was Sean Tracy jetzt macht, ist, dass er den im Endeffekt Basiskörper wählt, den sie schon die ganze Zeit im Spiel benutzen. Aber er zeigt so ein bisschen, wie viel Auswahl es im Endeffekt gibt. Das bedeutet, hier wird von der Engine aus quasi der Charakter erstellt. Das werden wir irgendwann auch als Spieler machen können, aber in erster Instanz erst mal nur mit einigen wenigen Möglichkeiten, die Körperform und die entsprechenden Assets zu wählen. Später wird es noch sehr viel individualisierter sein. Außerdem muss er jetzt hier, das sieht man ganz gut im Bild, Hals und Körper anpassen aneinander, denn die Körper sind gebaut in der Engine von entsprechenden Artists. Die Köpfe und die Hälse sind eingescannt von Mitarbeitern, von Schauspielern und so weiter und so fort. Das bedeutet, hier muss dann noch darauf geachtet werden, dass beides dann auch zusammenpasst. Aber mit dem Körper, wie er jetzt ist, als Basis, haben wir dann eine ganze Reihe von weiteren Item-Ports, die quasi freigeschaltet werden und die man jetzt über das Customization-Tool dann auch verändern kann. Das bedeutet, hier kann jetzt eine dynamische Hierarchie geschaffen werden oder hier wurde bereits durch das Anlegen des Skeletts eine geschaffen. Das bedeutet, wir haben als unterstes den Skelett, der wiederum, das kriegt einen Körper, der hat wiederum die Ports für Kleidung und Rüstung und allem, was dazu gehört. Das bedeutet, als erstes würde, wenn man eine Rüstung anbaut, hier jetzt der Anders-Suit kommen. Dazu kommen wir später auch noch mal. Und da über diesen Anders-Suit werden dann Lagen von Rüstungen gepackt. Das können einzelne Teile sein, das können aber auch ganze zusammenhängende Rüstungsteile sein, wie Torse-Panzerungen. Ja, und über der Rüstung, dort werden dann auf den jeweiligen Item-Ports der Rüstung die entsprechenden Assets angebaut, wie Granaten, wie Waffen, wie zum Beispiel dann auch Visiere. All das wird dann hier zusammengesetzt und quasi in Lagen übereinander geschichtet. Eine der größten Herausforderungen liegen dabei insbesondere in Bezug auf Kleidungsstücke in dem Passen, Zusammenpassen von Kleidung und entsprechenden Rüstungsteilen und vor allem auch deren Überlappung und Kollision. Als einfaches Beispiel werden hier Hose und Schuhe genannt. Wenn man zum Beispiel ein paar einfache Schuhe nimmt und dazu eine Shorts anzieht, dann liegen diese beiden Teile ziemlich weit auseinander. Das heißt, man hat eine kurze Hose und dann entsprechend unten am Fuß die Schuhe. Wenn man aber eine lange Hose nimmt, dann überschneidet die sich an irgendeinem Punkt mit den Schuhen. Das bedeutet, hier kommt es zu einer Kollision dieser beiden Assets. Und das muss natürlich einen gewissen Übergang geben, sonst sieht es komisch aus. Dazu haben sie sogenannte Übergangszonen eingebraut, also so Zoning, was bedeutet, dass diese jetzt miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, da kommen wir auch nochmal später ganz genau drauf. Hier geht es darum, dass zum Beispiel verschiedene Probleme gelöst werden müssen mit den Übergangszonen. Dann aber auch mit was passiert, wenn man eine Zone auf einmal wegnimmt, eine Ebene wegnimmt. Also zum Beispiel eine Waffe ist an einer Rüstung dran. Die Rüstung wird entfernt, bleibt die Waffe dann, wo sie ist oder wird sie dann mit abgenommen. Und natürlich immer die Frage, sieht es gut aus, passt es Gameplay dazu und entspricht es vor allem einer gewissen Logik, die wir genau wahrnehmen können, damit nicht auf einmal Dinge mitten in der Luft hängen. Hier ist eine Zusammenarbeit von Art, Design und Engineering sehr eng gefragt, zumal es ihnen auch immer darum geht, die Performance zu optimieren. Das bedeutet, dass wir nicht allzu viele Rechenoperationen durchführen müssen, was wiederum die Clients und Server belasten würde. Josh Herman führt uns jetzt am Beispiel sehr anschaulich vor, wie das mit den Zonen oder dem Zoning funktioniert. Dazu benutzt er einen Concept Artist hier und definiert erstmal die verschiedenen Punkte. Jacke, T-Shirt, Hose, Handschuhe und Stiefel untenrum. Und alle haben ja bestimmte Eigenschaften, gerade was die Sichtbarkeit angeht. Wenn er also jetzt die T-Shirt-Zone definiert, dann bedeutet es, dass diese ja in gewisser Weise an bestimmten Punkten überdeckt ist, zum Beispiel im linken Beispiel von diesem Cardigan, den der Charakter dort trägt. Das bedeutet im Effektiv, der Cardigan entfernt das, was durch die T-Shirt-Zone an den Armen definiert ist und setzt sich selbst darüber. Das bedeutet aber nicht, dass das darunter noch mitberechnet werden muss, sondern dass es wirklich entfernt wird. Das bedeutet auch keinen Einfluss mehr auf die entsprechende Performance hat. Das Ganze bei den Schuhen ist, da sieht man, was die Schwierigkeit an der Sache ist. Wir haben hier rechts Schuhe, die so halbschuhartig sind, also das heißt, die nicht ganz weit hoch gehen wie die Stiefel auf der linken Seite. Dafür geht die Hose eben bis hinunter und auf der anderen Seite ist die Hose so erschaffen, dass sie aussieht, als wäre sie quasi in die Stiefel hineingesteckt. Wenn man das eine jetzt mit dem anderen kombiniert, dann zeigt Josh Herman ganz sinnvoll, dass hier, dort wo er das jetzt ausmalt, quasi hautfrei liegen würde. Denn die Hose darüber, die ist wie gesagt dafür gedacht, dass sie sich in Stiefel reinsetzt, wohingegen die Halbschuhe da unten schwer kombinierbar mit diesem Gegenstand wären. Denn man kann es schon absehen, das Ganze würde so auf die Art und Weise nicht zusammenpassen. Also haben sie sich ein System überlegt, mit dem sie das Ganze gut miteinander kombinieren können. Und hier geht es eben, wie gesagt, um das sogenannte Zoning. Das bedeutet, die Zonen gleichen sich untereinander ab. Die kommunizieren quasi miteinander und sagen, pass auf, ich bin ein Schuh, ich gehe bis dort und dorthin. Und auf der anderen Seite gibt es die Hose, die dann sagt, alles klar, dann muss ich mich verlängern. Klingt jetzt sehr einfach erklärt, natürlich auch aus meiner Laienperspektive, aber es ist natürlich ein hervorragendes System, um die ganzen, alle Assets miteinander zu verschmelzen. Das bedeutet, hier wird es möglich sein, dass NPCs zum Beispiel Millionen von Kombinationen an Kleidungsstücken miteinander kombinieren können, dass das Ganze schnell gespawnt wird. Also das heißt, dass die Spawning-Time auch sehr, sehr gering ist und dass es sehr, sehr wenig Ressourcen kostet. Das heißt, dass eine gute Performance dadurch garantiert werden kann. Aktuell kennen die Körper der Charaktere bei Star Citizen etwa 20 Zonen pro Körper. Das bedeutet, hier geht es nicht nur um einzelne Gliedmaßen, sondern auch um Teile dieser Gliedmaßen. Das heißt, ein oberes Stück vom Arm, ein etwas weiter unteres Stück vom Arm bis zum Ellbogen, dann Unterarm und so weiter. Das alles ist in mehrere Teile aufgeteilt, denn es muss ja auch so funktionieren, dass man sagt, verschiedene Kleidungsstücke oder Rüstungsteile decken eben verschiedene Zonen ab. Manche gehen ein bisschen länger, manche sind ein bisschen kürzer. Dementsprechend sind es also, was zumindest die Kleidung und die Ausrüstungsteile angeht, schon 20 Zonen. Das heißt, hier passieren sonst, wenn man diese Zonen nicht hätte, sondern nur die Ebenen, die übereinander liegen, dann würden sehr, sehr schnell Clippingfehler entstehen. Das kennt man auch von Spielen, denn die verschiedenen Assets, die man übereinander anzieht, zum Beispiel T-Shirt und dann eine Jacke drüber, die kommunizieren ja sonst nicht miteinander. Das bedeutet, das eine klippt durch das andere durch und gerade wenn der Körper in Bewegung ist, passiert das sehr schnell. Durch diese Zonenkommunikation passiert das aber nicht mehr. Das heißt, hier wird jetzt eindeutig eine Hierarchie festgelegt, was wie sich wo zu verhalten hat und auch welches Asset sich welchem anzupassen hat, wenn es denn bewegt wird. Das hat gewisse Einschränkungen für die Artists. Da muss man dazu sagen, dass die Artists also sehr genau Maß nehmen müssen bei der Erschaffung von Kleidungsstücken. Zu sehen, diese Zone geht immer bis dort und dorthin. Das heißt, wenn du ein T-Shirt haben willst, was so und so lang ist, dann muss es eben auch dort und dort aufhören, damit es ordentlich aussieht. Andererseits ist es dafür sehr, sehr gut möglich, dass man Assets miteinander kombiniert. Alle Jacken, alle T-Shirts und dass das Ganze so ist, dass es eben auch eine Sichtbarkeit garantiert, die dann eben persistent ist. Das heißt, wenn es eine offene Jacke ist, dann sieht man auch darunter das T-Shirt, was man sich vorher ausgewählt hat und nicht irgendein generisches. In der Character Customization kommt also den Hierarchien innerhalb der Ebenen und zwischen den Zonen eine zentrale Bedeutung zu. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Punkte, dass man sagt, Kleidung verdeckt den Körper, Rüstung wiederum verdeckt die Kleidung und Rüstung hat wiederum auch Zonen, die miteinander korrespondieren müssen, allerdings deutlich weniger aktuell als die Kleidungszonen sind. Als allererstes hat man den sogenannten Undersuit. Das ist quasi unser Basis-Raumanzug. Mit einem Helm kombiniert kann man damit in den Weltraum hinaus und würde in der Lage sein, einen EVA zu machen. Der hat aber noch keine Rüstungsteile mit dran, denn dafür gibt es jetzt dieses Itemport-System. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, eben über den Undersuit sozusagen noch weitere Itemports freizuschalten. und da haben sie sich jetzt diese Character-Design-Files, diese statistischen Files von der ursprünglichen CryEngine zunutze gemacht und die einfach auf das Item-System umgewandelt. Was bedeutet, diese einzelnen Assets hier haben jetzt auch Charakteristika. Rüstungsteile oder eben Panzerungen, die man anbringt, Panzerungsteile, Helme, haben alle eigene Charakteristika, wie zum Beispiel eine Masse oder eben auch eine Beweglichkeit, was bedeutet, dass sie dann eine direkte Auswirkung aufs Gameplay haben. Das heißt, je mehr man sozusagen an den Charakter ranbaut, je schwerer, massiver diese Rüstungsteile sind, desto langsamer wird er sich auf der einen Seite bewegen und desto mehr Ausdauer wird er auch beim Laufen verlieren. Das bedeutet, dieses Itemport-System ermöglicht nicht nur, dass es hübsch aussieht und dass man eben entsprechend seine favorisierten Rüstungsteile miteinander kombiniert, sondern es bringt auch noch mit sich, dass der Charakter sich im Spiel anders verhält, je nachdem, was für eine schwere Rüstung er dann eben trägt. Außerdem schalten diese wiederum weitere Itemports frei, um eben dann bestimmte Gegenstände an diesen Rüstungen festzumachen. Zusammengefasst kann man also sagen, das Itemport-System analysiert die gewählten Assets und erschafft daraufhin eine Gameplay-Auswirkung. Dadurch werden natürlich auch Regeln definiert, was kann ich wo hinpacken, was passt wo zusammen, was passt wo nicht miteinander hin. Zum Beispiel, dass man eben keine schweren, bulgigen Rüstungsteile anzieht und darüber dann ein Tiefshirt quetscht. Das wird halt einfach von der Art und Weise des Aufbaus nicht funktionieren. Das Ganze wird dann auch, und das ist ein weiterer Vorteil dieses Systems, als Gesamtpaket gerendert. Von der Engine also, durch tatsächlich die ursprüngliche Verknüpfung mit dem Ursprungssystem aus der CryEngine wird das Ganze als Gesamtpaket wahrgenommen. und so gerendert, was bedeutet, dass es zwar optisch so aussieht, als wenn diese Dinge alle übereinander liegen und dass sie alle eben miteinander kommunizieren. Im Endeffekt aber, was die Performance angeht, ist es alles ein Paket und muss nicht mehr einzeln durch die verschiedenen Lagen und ähnliches gerendert werden, wie es aktuell zum Beispiel noch der Fall ist. Was wiederum auch dazu führen kann, dass die Verknüpfungen nicht stimmen, sodass man öfter jetzt gerade mal sieht, dass die Leute ohne Helm durch das PU laufen oder bei Star Marine eben entsprechende Teile der Rüstung, die spawnen. Das ist aktuell eben noch das Problem, das wird es aber dann mit dem Itemsystem 2.0 nicht mehr geben. Wie bereits zuvor erwähnt, sind die Itemports der eigentliche Schlüssel, um diese Character Customization zu verstehen. Und diese sind inzwischen auch so angelegt, dass sie auf noch eine andere Weise mit der CryEngine kommunizieren, und zwar durch die sogenannte dynamische Skalierung. Am Beispiel erklärt bedeutet dies, dass verschiedene Rüstungsteile eine verschiedene Anzahl von Itemports geben. Das heißt, mehr oder weniger. Eine leichte Rüstung, zum Beispiel für Scouts-Zwecke, würde weniger Möglichkeiten geben, zum Beispiel schwerere Waffen anzubringen, als zum Beispiel eine schwere Rüstung, die dafür ausgelegt ist. Dafür hätte die leichte Rüstung die Möglichkeit, eben zusätzliche Explorer-Ausrüstung an der Rüstung anzubringen, was dazu führt, dass sie für einen anderen Zweck benutzt wird. Das bedeutet, abhängig von dem Asset, wofür man sich entscheidet, also zum Beispiel den Rüstungsteil, die Brustpanzerung und so weiter, gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Plätzen und eine unterschiedliche, ja, auch nicht nur, wo die Itemports verortet sind, sondern eben auch die Menge und die Art der Itemports, die man dann hat, um entsprechend seine Ausrüstungsgegenstände, Waffen und ähnliches am Körper anzubringen. Das übrigens betrifft auch normale Kleidung. Das bedeutet, auch hier wird es später die Möglichkeit geben, Taschen oder auch Holster und Waffen an einer zivilen Kleidung anzubringen. Aktuell gibt es das noch nicht, weil momentan es auch nur so ist, dass man nur dann kämpfen kann, wenn man sich in einer Rüstung befindet. Das ist ja aktuelle Spielrealität, jetzt in der Alpha, wird sich aber auch bald ändern. Das bedeutet, dass wir auch dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel Planeten eben in Zivilkleidung zu erkunden und trotzdem eine Waffe an der Seite zu tragen und dafür ist auch dir das Itemport-System da. Das heißt, es wird auch dieses auch mit betreffen. Zum Abschluss gehen sie nochmal in die Richtung der Simulation und vor allem der Bewegung des Ganzen, denn das Ganze soll ja auch wirklich möglichst realistisch wirken und hier ist es noch wichtig zu erwähnen, dass die Itemport selbst mit dem Skelett des Charakters fest verbunden sind. Das bedeutet, hier sie garantieren eine natürliche Bewegung. Wenn der Charakter sich bewegt, dann wird auch vom Itemport sozusagen auf Basis des Skeletts dann ermessen, analysiert, wie muss ich das Asset, was an mir befestigt ist, mitbewegen. Die Granate, die hier schwingt oder entsprechend in dem Beispiel, was sie hier geben, ein Cape, was man irgendwo anbringt, ein Mantel, der sich entsprechend mit dem Körper so bewegt, dass es eben aussieht, als würde er natürlich der physikalischen Bewegung folgen. Das beste Beispiel waren dafür übrigens die Wüstennomaden, die wir dann später nochmal sehen werden, wo sich eben zum Beispiel deren Umhang oder wenn man so möchte, deren Kilt bewegt hat und hier wird jetzt inzwischen auch so genau gearbeitet, dass es eine eigene Kollision gibt zwischen den verschiedenen Itemports und den Teilen des Skeletts. Das heißt, so soll auch sichergestellt werden, dass eben ein Mantel entsprechend um die Füße schwingt und im Beispiel sieht man eben ganz gut, wie das funktioniert und dafür wird uns jetzt Sean Tracy hier nochmal eine alleinige Animation geben, um das Ganze nochmal darzustellen. Hier sieht man, wie der Mantel eben gut um die Füße spielt und das soll dann eben entsprechend für alle Kleidungsstücke Realität und Möglichkeit sein, damit wir einen Eindruck bekommen, wie das Ganze dann abläuft. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich finde das ganze System sehr beeindruckend. Jetzt wird es zum Abschluss noch ein paar Schlussworte geben von Sean Tracy und hier geht es dann um die sogenannte Runtime Facial Technology, die wird von einem Partnerstudio gemacht, das Thrilateral heißt und die sitzen jetzt schon eine ganze Weile da dran, die Gesichtsanimationen zu machen und wie es Sean Tracy hier ankündigt, wird es in weiteren ATV-Episoden dazu noch Specials geben und das genauer zu beleuchten, denn das ist das Einzige, was ihnen jetzt noch für eine richtige Customization von Charakteren fehlt und jetzt ist es immerhin so weit, dass es schon in die Engine von Star Citizen eingebaut werden kann. Damit verabschiede ich mich, danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Bis bald und see you on the Flight Deck. Sawyer out. We can start integrating it into Star Citizen. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,